Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch Leute und damit hätte ich kommen zu einem weiteren Let's Play Break Force heute auf der Map irgendwas keine Ahnung und Challenge ist heute ohne Visier da bin ich eigentlich richtig schlecht Scheiße Prozent geht das Wort ich kann nicht aber Juni es ist ungefähr auch schluss ohne Visier das ist voll schwer wie viel Uhr ist es denn jetzt überhaupt ich denke so 8 Uhr und gut wird und ich habe ziemlich gut dafür dass sie uns spielen das macht auch wieder voll Spaß wieder öffnen am liebsten würde ich da jetzt mit Visier spielen Leute Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie gerne ich das jetzt machen würde. Und fast keine Muni mehr. Drum Sprayne. Nein, der hat die Muni gesteilt. Okay, ich krieg kein Kill mehr, dann müssen wir mal rushen. Wir müssen sparsam mit der Munition umgehen. Okay. Das war nicht sparsam. Ich hab' gesprayt. Entschuldigung für den Spawn Camp. Aber, dann gehen wir halt da mal weg. Oh fuck, ich weiß nicht. Ich kenn' die Map halt fast gar nicht. Komm schon. Und ich auch. Verdammt. Alter, ich bin voll der Kämpfer. 11 zu 1. Scheiße, da lag eine Spider. Ja. Oh mein Gott. Was zur Hölle. Das ist voll die komische Map. Leute. Oh maaaan. 12 zu 1. Komm schon, läuft doch. Oh, ne, Visier ist echt schlimm. Entschuldigung. Entschuldigung. Muss sein. Sonst kriegen wir aber keine Kills. Warten die alle? Ne. Oh Gott. Okay, der hat sich selbst gekillt. So, den Hammer. Oh mein Gott. Was zur Hölle. Scheiße, nein, 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 nein. Nein, wenigstens haben wir den noch bekommen. 16 zu 2. Läuft auf jeden Fall die KD. Oder es... Äh, ne, ne, da geh ich weg. Nimm lieber die Spider, dass es fairer ist. Oh, ohne Visier, Leute. Ich spray da nicht so rum, weil... Oh, ohne Visier ist halt dann doch schon nicht so präzise. Scheiße. Alter, da tut mir so leid. Ohne Hit-Waffe. Nein, ich hab zum ersten Mal jetzt die... Nein! Oh ja, ich glaub, der ist gut. Geben. Genau, was wollte ich erzählen. Ich hab ein Video gestern hochgeladen, hab aber, ähm, folgendes beachtet. Und zwar den Urheberrecht. Drum hab ich das Video auch dann wieder gleich gelöscht. Sorry, deswegen. Haben wir laske. 21 zu 3 läuft auf jeden Fall. Ähm, ja, damit würde ich auch die Folge beenden. Und haut rein. Und ciao, ciao.